Ich kann mir sagen, was mich antreibt. Das war ja nun 50 Mal gefragt worden, was reibt denn eigentlich um? Und da gibt es eine einfache Antwort drauf. Ich kann was machen, es macht Spaß, etwas zu machen, wenn es einem Erfolg geht. Nur Geld geben ist ja langweilig. Das ist, das kann ja jeder.